Sex in der Kunst. Sex ist einfach nicht wegzudenken aus der Kunst. Die älteste bekannte Darstellung des Geschlechtsaktes heißt die Liebenden von Ayn Sakri. Das ist eine 10 cm hohe Steinskulptur, die 8000 vor Christus im heutigen Israel entstand. Man sieht zwei Liebende mit Brüsten, Vulva und irrigiertem Penis. Wann gab es das erste Porno-Heft, was glauben Sie? Sie sind jetzt im Fernsehen, das ist Ihnen klar. Alle werden sehen, wie Sie so da sitzen. Und dann werden Ihre Verwandten denken, Opa ist aber, das wird nichts mehr. Ich frage nochmal, was glauben Sie, wann gab es das erste Porno-Heft? 1900. Bitte? 1900. 1900? 1150 vor Christus gab es das erste Porno-Heft im Reiche Ramses des Viertel. Heißt Papyrus Turin. Was? Was war da? Nichts. Okay. In jeder Sekunde des Tages gucken etwa 30.000 Menschen weltweit Porno-Filme. Also praktisch ein Zweitligastadion voll. Hübsche Vorstellung, 30.000 Männer mit Tempotüchern. In Hamburg hätten sie mehr Freude gehabt. Besser einer versteht es als keiner. Sitzen alle hinten. Die Hellen sitzen alle hinten. Das ist eine alte Comedy-Technik, immer auf den teuren Plätzen. Also es ist einfach das Thema in der Kunst und zwar in jeder Richtung der Kunst. Renoir hat einmal gesagt, ich male mit meinem Schwanz. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie macht er ihn sauber? Mit Terpentin. Da wird der Dermatologe tief aufseufzen. Oder gucken wir in die Philosophie. Schockmauer hat gesagt, die Genitalien sind der eigentliche Brennpunkt des Willens. Das hat auch das Fernsehen entdeckt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die Grand Prix-Vorentscheidung erinnern. Februar 18. Mit Elton und Linda Zavakis. Gleich bei der Begrüßung sagte Elton, die Bühne erinnert mich an was. Und Linda Zavakis sagte, wir stehen auf einer Bühne mit einem Riesenpimmel. Hatte so die Form. Dann sagte sie, was soll mit meiner Seriosität werden? Die war dann natürlich dahin. Elton setzte noch nach mit, unser Glied für Lissabon. Da habe ich gedacht, ich habe immer damals auf die Fresse gekriegt, wenn ich so war. Na ja, gut. Haben Sie mal Naked Attraction auf RTL 2 geguckt? Niemand? Ja. War eine Nacktkuppelshow. Da mussten sich Kandidatinnen und Kandidaten anhand der primären Geschlechtsmerkmale füreinander entscheiden. Da wurde dann auch über Länge und Dicke diskutiert. Meine Frau sagte, mach doch mit, da bist du auch mal wieder im Fernsehen. Ich habe auch überlegt, aber habe es dann gelassen. Ich bin einfach mit meinem Körper nicht hundertprozentig zufrieden. Ich finde ihn punktuell suboptimal. Ja, so wie viele Frauen unter Ihnen sicher schon mal überlegt haben, sich den Busen vergrößern zu lassen, so habe auch ich ernsthaft erwogen, mir die Hoden verkleinern zu lassen. Ja, Sie lachen, das ist nicht schön, wenn man in eine Sauna kommt und die Leute werden ohnmächtig. Oder im Urlaub am Strand, wenn da getuschelt wird. Guck mal, der Herr Lippe hat wieder nur Unsinn im Kopf. Hat sich zwei Apfelsinen in die Badehose versteckt. Das sind keine Apfelsinen, das sind Honigmelonen. Ja, aber gehen wir in die Literatur. Robert Gernhardt, unser größter komischer Poet, hat einmal gesagt, in jeder Frau, da steckt ein Sexualobjekt. Das muss der Mann erwecken. Sonst bleibt es in ihr stecken. Jetzt sagen Sie, Robert Gernhardt war aber doch eh dem komischen verpflichtet. Ja, dann hören wir mal bei einem Literatur-Titanen rein. Thomas Mann schreibt in seinen Tagebüchern im Alter von 76 am 06.03.51 seit Wochen vollständiges und ungewohntes Versagen der geschlechtlichen Potenz. Da ich es ablehne, ohne Vollerektion zu masturbieren, scheint das Ende meines physischen, sexuellen Lebens gekommen. Am 19.01. hatte es noch geheißen, heftiges Geschlechtsleben in letzter Zeit. Aber siehe, am 09.03. lesen wir erleichtert, das Erlöschen der Potenz, voreilige Bemerkung. Martin Walser vertritt eine andere Ansicht und hat einmal gesagt, schön, wenn man beim Ficken zu zweit ist. Es sieht auch James Salter so, hier ist eine Stelle, was sage ich, die Stelle aus Alles, was ist, zitiert nach einem wunderbaren Buch, Rainer Moritz, Wer hat den schlechtesten Sex, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Tolle Stellen aus der Literatur. Also hier kommt James Salter. Sie liebten sich sehr einfach, sehr direkt. Sie sah zur Decke, er sah auf die Laken. Beinahe wie Schulkinder. Alles war still. Nur der Verkehr war zu hören. Nein. Die Autos. Wie machst du mal? Alles war still. Nur der Verkehr war zu hören. Fern und weit ab. Und nicht einmal das. Die Stille war überall. Und er kam wie ein trinkendes Pferd. Ich habe sofort versucht, ein trinkendes Pferd zu gugeln. Einzig Pferd, was ein Geräusch machte, war eins, den man mit einem Schlauch zu trinken gab. Die Damen, schließen Sie mal die Augen und überlegen Sie, ob Sie sowas schon mal gehört haben. Wenn ja, okay. Hier habe ich noch eine zauberhafte Stelle aus der deutschen Hochliteratur. In Flavian Kurzbuch Glücksgeschwür heißt es, Es ist immer derselbe Dialog, sagte ich. Und er findet täglich in tausenden Schlafzimmern frustrierter Pärchen statt. Sie zu ihm, Du redest nicht mehr mit mir. Er zu ihr, Du fickst nicht mehr mit mir. Ich kann nicht mit dir ficken, wenn du nicht mit mir redest. Ich kann nicht mit dir reden, wenn du nicht mit mir fickst. Also, womit fangen wir jetzt an? Mit Ficken geredet haben wir ja. Also, diese Einleitung hat Ihnen bis jetzt am besten gefallen. Das ist, bevor wir eine kleine Pause einlegen, jetzt noch dieser Text. Heißt Sexfremdwörter, Seite 168. Ich habe gedacht, ich hätte von allem, was mit Sex zusammenhängt, zumindest schon mal gehört, bis ich auf das Buch Wo lassen Nudisten ihr Wechselgeld? Von Mitchell Simons stieß. Dort gibt es eine Liste von Sexualpraktiken, mit denen man ein Jahr lang locker beim Smalltalk über die Runden kommt. Es geht los mit Allorgasmie. Diesen Begriff schmeißt man in die Runde und lässt raten, was es ist. Sicher sagt einer, dit ist einer, den einfach alles erregt. Im Grunde wie bei mir. Dem erklärt man dann, dass der erste Teil All nicht vom Deutschen Alles kommt, sondern von Griechisch Allotrios. Fremdartig, nicht zur Sache gehörend. Allorgasmien sind demnach Sexfantasien, die nicht den eigenen Partner betreffen. Jetzt wird der Kollege von vorhin sagen, Sexfantasien betreffen nie den eigenen Partner. Da ist was dran. Da ist was dran.